Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Yeah, Let's Go, Koop und so weiter. Es ist mal wieder eine neue Spontanaufnahme und ich sag mal wieder Moin André. Moin. Moin. Was war das denn? Was? So, ähm, ja, Käsebrot. Ne? Mit Gammel. Ja, also Gammel, Käsebrot, Stinke. Käsebrot, Stinke, Gammel, Kind. Hä? Was? Stinke, Gammel, Kind. Okay, dann wenn es sonst nichts ist. Warte mal, ist schon, ist schon. Ey, das schon, 3.22 Uhr, so was du was eben, warst noch 2 Uhr fast. Hm, kack Zeitumstellung. Ey, ich gehe doch nicht so schnell. Heftig, ne? Du denkst, oh, gleich 2 so und dann auf einmal, nö, jetzt 3, läpp mich. Voll frech, sowas eigentlich, oder? Geht so. Jetzt knallst du dir einfach... Wir haben noch nicht geknallt. Wir sind einfach mal auf mich losgegangen. Oh, ich habe einen Fuß weggeholt. Ne, wo denn? Was? War das türkisch? Ne, kann ich den nicht beurteilen, mein Freund. Habe ich nicht verstanden. Ne, wie er mich fragt. Ey, du, Türke, war das türkisch? Scheiße, ich weiß ja, jetzt kann man wieder stressieren. Macht sowieso viel Spaß mit dem... Was ist das für eine? Diese... Oh, das... Lieb nicht so. Ne, nehmen die doch. Ich habe die schon. Ne, die ist auch scheiße, nämlich lieber die jetzt weit. Ich drücke mal E, weißt du, weil... E. Das ist so E, am Woller E. COD. Weil COD. Ne, also ich drücke E, wegen COD. Je, je, je. Hä, was schlapscht? Ja, renn bitte noch ein bisschen schneller. Okay. Der gab es mich ärgern. Hallo. Ich... Warte, ich schieße kurz die Tür auf. Okay, sieh es auf. Hä? Jetzt musst du noch sagen, du Quatschkab. Hallo, du... Ey, schieb mich nicht so weg. Ich, oh, ich, äh, vergnüge mich mal kurz. Danke, ich habe eine Mundekiste. Okay, okay, okay. Ich weiß, du hast mir ja Tipps gegeben, ne? Und so. Ja. Langsam läuft das alles. Gut, jetzt kann ich da die scheiß Angreifer nicht sehen. Ich muss hier schon schräg rein. So. Ich auch nicht. Ah, da. Ich markiere sie nochmal extra. Ich auch. Ne, geht gar nicht mehr mit diesem Okay ist das. Hey, guck mal, bei einem steht ne Eins und bei dem anderen steht ne Eins. Okay, ich bin... Weil ich Luft einhalten, deswegen brauche ich Luft einhalten. Ich denke, wieso habe ich denn hier so gezittert eben? Also, wenn du eigentlich unten... Okay, auf die Plätze, fertig, los. Du Wichser, jetzt habe ich Luft wieder nicht angehalten, aber das ging trotzdem. Ich habe es noch schnell hinbekommen. Wenn du die eigentlich unten, die Beine benutzt, das ist zwei Beine, dann müsstest du eigentlich gar nicht Luft anhalten. Habe ich, äh, ich habe nicht mich gebückt, deswegen. Okay, ich nehme wieder links. Ich nehme rechts. Auf die Plätze, fertig, los. Das ist auch so zu gucken, ein bisschen cool gemacht, das ist auch. Die Grafik ist natürlich immer noch eigentlich top. Guck, jetzt kannst du die schon markieren. Du kannst sie schon mal markieren mit Kuh, bei dir. Ah, sauber. Sind markiert. Ja, weil wir sind... Die heißen die 2 und 2. Okay, Jungs. Oh, einer ist da noch. Hab den weggeholt. Ey, bei dir, der Wichser will nicht sterben, ne? Hä? Meiner ist ja nicht tot. Hä? Bei mir ist keiner mehr. Ist bei dir noch einer? Bei dir stand... Ja, immer noch. Da stand eins. Ich hab auch auf den raufgeknallt. Wir sind die Meister, wir kennen alles. Was ist sowas? So eine Gülle. Schießt der auf den, der markiert ist. Ja. Ja. Ach, das ist egal. Dir ist doch eine Geise gestorben. Weißt du, dann schneidst jemanden Penis ab und trotzdem fickt dann jemanden noch einen Arsch. Weißt du, das ist so die Logik. Was ist das denn? Ich liebe Battle Shield dafür. Den wächsten Ersatzpenis oder so. Keine Ahnung. Okay, dann starten wir jetzt nochmal. Ja, also... Da guckt das Fahrrad an. Ey, guck nicht so das Fahrrad an. Ey, du, Arschloch, hm? Guck, man kann runterfallen. Ich wollte das... Ja, du vielleicht. Wie? Ich bin auch runtergefallen. Wuhu. Ey, lass die Leute los. Na, wir schaffen das schon. Okay. Rush nennt's einfach mal ein bisschen den Pasch, das schon. Aber man holt sich immer beim Rennen einen runter, so. Weißt du? Wer macht das nicht? Spassi-bar. Ey, bitte? Fall doch nicht auf meinen Kopf mit dem Arsch. Äh, Arschbombe. Ja, auf den Kopf. Lol, 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 lol. Grafikfehler. Wollen wir die mal versuchen zu messern? Okay. Ehrlich? Ich mach's. Ich nehm den Link. Okay. Das geht wohl nicht ganz so gut. Ich hab den mit mir ne Pistol geholt, ey. Hab ich beide grad gemessert oder so? Nein, nein, hab ich mit ne Pistol geholt. Also hab ich auf jeden Fall auf den geschossen. Noch weiter. Wir waren eben schon gesichtet worden. Oh, der ist ja schon tot. Und ich kenne trotzdem noch auf den drauf. Ach, wir rushen jetzt einfach durch, komm. Oh, meine Nase. Nicht niesen, nicht niesen. Widerlich. Also die ist nicht optimal für den Nahkampf ausgerichtet, merke ich grad, die Sniper. Tam Snipen. Hast du nicht, hätt sie nicht gedacht, was? Was die nicht optimal für Snipen ist? Ich dachte, die ist perfekt dafür. Ja, hier auch. Mach ich sonst auch immer. Ja, ne? Ja. Ich stell mich immer einen halben Zentimeter von hier weg und dann hol ich eine Sniper gegen den Kopf. Okay, das ist natürlich egal, wenn du da... Wieso rennst du ganz hoch? Ich dachte, du machst die Tür auf. Oh. Ich bin halt so... Ja, du warst da auch hoch, oder nicht? Na, Thompson, willst du ärger, oder was, du... Ich weiß grad, den Flachbild da weg. Ich hau den Flachbild da weg. Nein, dann messer ich den nur. Der bleibt einfach stehen. Von dem bleibt einfach stehen, weißt du? Der guckt mich so an, so. Ey, dein schönes Flachbild. Ey, das ist... Ich schaue uns mal mit Claymos ab, ne? Okay. Ich gehöre ein bisschen rum auf dem Ding. So. Yo, Skateboard. Also Wakeboard, oder sonst was Board. Irgendein Board. Sonst was Board, das fahre ich auch immer. Äh, sollen wir mal über Kreuz versuchen? Ich glaube, über Kreuz geht das besser, wenn ich versuche, jeden rechten Bus zu machen. Soll ich den Claymonar stecken? Ja. Ja. Ja, sagt der Klaus. Schieß jetzt deinen rechten Magadab oder deinen linken am besten. Okay, ich schieße rechts am besten. Auf die Plätze, fertig, und sag tschüss. Tschüss. Weiter erledigt, weiter. Latte in Abschießen. Erledigt, Latte in ist kaputt. Zielgesichtet. Latte in Abschießen, da. Hey, ich will die kaputt schießen. Dann verballe ich hier meine Muni, weil man braucht ja 121 Schuss dafür. Sehr klar. Auf die Plätze, fertig. Warte, warte, warte! Lass mich noch eben hier mein Dings aufstellen. Mein Zweibau. So. Auf die Plätze, fertig. Los. Auf die Plätze, sagt er auch noch. Licht aus hier. So, ich versuche den rechten Bus auszuschalten, nur den linken. Okay. Okay, ich mach dir eben Licht aus. Aber es ging nicht gut. Stell dir scheiß zwei Beine wieder auf, du ne... Du sollst das zwei Beine wieder aufstellen. Wo ist der rechte Bus? Äh, linke Bus, da. Okay. Ich bin ready. Eben markieren hier. Bin ready. Äh, 100 Jungs! Ich glaube, ich schaffe das nicht. Weiße, die wirken sich einfach wie nur an. Ich wollte gerade meinen, der eine will nicht schrecken. Wir haben es geschafft. Geht doch, ey. Ja, du bist ja in ganzen Bilder, ne? Du bist in ganzen Bilder, ne? Ja, bin ich. Ja. Achso. Alles ist gut, ne? Solange du wild bist. Vor allem ist es schon... Voll hell. Richtig hell. Ja. Es hat zwei Stunden gerade gedauert, was? Wir haben da zwei Stunden reingewartet. Ja, es geht ja auch schnell, ne? Auf einmal wird es ja auch ganz schnell hell, weil wir haben ja jetzt auch schon... Ja, einfach... Oh. Okay, den anderen mal. So. Welchen nimmst du davon? Zwo nämlich. In der rechten. Zähl. Eins, zwei, drei. Und... Pum! Und jetzt da rüber gucken, wo der andere Motormarketer ist? Ja, so, ich nehm wieder... Ich nehm wieder zwei, ha, ha, ha. Den rechten. Den rechten. Okay, eins, zwei, drei. Pum! Schockt schon ein bisschen. Hier ist zwei bei uns so. Okay. Hey, warte doch mal auf, nämlich du Schweineschwanz. Okay. Okay, sagt er und rennt die Treppe fast runter. Äh, welche Treppe? Ich dachte, das ist ne Treppe. Also, also, hier den mal aus. So, jetzt müssen wir gucken. Einer muss versuchen, die zwei in einer Reihe zu treffen. Das versuche ich gleich, okay? Okay. We're ready. Noch nicht. Drei. Nein. Fünf, vier, null, zwölf, elf, elf, okay, und? Drei, drei. Weg. Guck, macht man so. Licht aus. Muss man aber ins Mal schauen. Ich muss auch meinen, du bist schon weg. Hm. Das wird gleich richtig krank lustig. Wo ist man hier überhaupt runter? Nein. Ich wollte ein bisschen... angucken. Aber weißt du, wenn du ins Wasser schießt, da kommt nicht so ein heftiger Stoß zurück, weißt du? Ey, da hinten ist ja... Ey, wo bist du? Oh, da ist... Oha, wie viel da los ist, Junge. Oha, ja. Wir müssen ein paar abknallen. Soll ich mich einfach drauf losknallen, oder? Siehst du, wo... Ich hab jetzt die auf der Treppe markiert, da auch. Ja. Okay, dann lass uns hier weitergehen, am besten. Die Gruppierung immer einzeln umhauen. Okay, du haust die linke, ich hau die rechte um, okay? Warte. Schaffen wir. Okay, wir hauen einfach irgendwelche weg. Yo! Der ist vorgegen des Dings gefallen, da gegen diesen Roller oder so. Was das ist. Wo sind jetzt noch welche? Einmal da. Da ist noch einer irgendwo. Ich glaub, das war's jetzt. So kann man uns natürlich auch, durch Unterstützung von unseren Leuten, da noch ein bisschen draufballern, dann geht das schon. Aber das ist noch einer. Ey, wo sind denn welche? Da. Ich hab' nicht gesehen. Vor allen Dingen der eine da, ne? Aber das muss das Blut. Der eine Mager, ne? Ich hau' den so. Der fliegt voll gegen den Roller, so mit der Fresse, so pff. Ah, wir müssen nach hoch, wir müssen nach hoch gucken. Hast mich gehört ja, ne? Äh, hier ist jemand. Lol, nicht nur jemand. Hier sind 25, 25 Leute. Hin das Auto, hin das Auto, hin das Auto, hin das Auto. Wir sind hier, wo sind die? Hast du alle weggeknallt, oder was? Nein. Einen grad mal weggeknallt. Oh, verdammt. Tschüss. Ich geh hoch. Warum? Ich hab' hier doch alle weggehauen. Ja, ich wollte von oben. Ah, Quatsch, von wegen alle. Da war da noch einer. Okay, ich bin bei dem Einübersichtspunkt hier. Äh, ich bin bei der Monikist. Gute Idee, ich geh auch noch mal mit dem Kotzen Monikist. Weil man braucht ja auch 121 Schuss. Ja, das ist wichtig, mein Freund. Passt genau. Sieh zwar keine Gegner. Also, ich seh weh, ich hab markiert. Den linken. Ich nehm den linken. Okay, okay. Eins, zwei, drei. Weiter, die dich, weiter. Das läuft doch schon gesell. Das ist auch noch nicht schwer. Mit den 20 Feinden fand ich das eben schwerer. Ja, normal, Bro. Oh, das wird gleich richtig lustig. Da explodiert gleich bestimmt was. Oh, guck mal, da sind wieder Geiseln. Ey, da sind doch Gegner. Warte, noch nicht. Ich hab welche markiert, ne? Da unten sind welche, ja. Die sollen wir wegknallen. Welchen nimmst du? Hinteren, vorderen? Vorderen. Hinteren, okay. Auf die Plätze. Rechtsfertig. Und los. Pam, pam. Also, die... Da drinnen sind ja die ganze Zeit noch, Leute. Ja, warten. Das sind Geiseln. Okay, das ist ein Geiseln. Ah, ein ist ein Geiselficker. Ja, aber ich glaub, den sollten wir noch nicht abschießen. Der Mount da unten ist, sind noch welche. Ich markiere auch, komm mal. Ja, die müssen wir gleich alle zusammen ausschalten. Okay, mein Bro. Ah, die unten warten schon, ne? Hey, bleib stehen, du Stück Scheiße. Wenn die gegen den Kugelhagel ne Chance hätten. Ja. Ich will den da drinnen wegbumsen. Lieber nicht. Ich will mir richtig nen Handy geben. Dann müssen wir die ganzen, müssen wir noch mal machen. Da sind welche unten im Haus. Okay, ich mach rechts, okay? Okay. Und, 10. 3, 2, 1, Iben. Lass auf meinst aus. Ich füll ihn wegrum. Ich soll was, dass ich Ihnen richtig ne Kugel in seine Eier schieben kann. Nö, in seine Lunge, in seinen Hals rein. Gleich das für den Abschießen. okay gleich so macht es falsch und knall den Geisel auf sich ja das ist ganz im Sohn bitte kein Ding die Stürme nicht leichter kommen noch mehr ja ein paar Gegner sind da Euro und viele Leute reichen im Bericht in der ersten Woche welchen musst du die Rechten vom rechten Fenster ich nehme es um den Fenster er ist der eine der Städter konnte ich nicht markieren bis auch nicht so jetzt ich bin wenn du ready bist 3 2 1 hast du überhaupt eh gedrückt auch scheiße die bestimmen das dann dann kommt da so ein Viereck wieder du noch scheiße hoffentlich ne ich glaub nicht so wird Joe Bro let's go Komma unten 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 die Schöner gehen in er ist tot ich hab Papa der Schild die Heiber Boten haben wir nicht nur einmal gespielt er hat er hat so klar wir gehen gut ab alles wieder fünfmal so gut wie es sein 1 1 aber wir sind nicht immer gestorben 1 11 ja genau das ist nämlich die Serie und so und bei der Osterkitz und ich glaube es gibt nur noch so ein paar Gesichter ja ich würde sagen dass du bist du zu schauen dieses Mal bei meinem Bett die Füße die Mio kracht kackt es nicht ab der Dacke ein Problem die Nuss anstattet was wurde und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis vielleicht zum nächsten Krams was so kommt haut rein peace